Jesus ist der Gott Sehund, 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 Jesus ist der Gott Es ist der Gott, es ist der Gott, es ist der Gott, es ist der Gott. Es ist der Gott, es ist der Gott, es ist der Gott, es ist der Gott. Shalom, shalom, Stuttgart, ich begrüsse euch in Jesus Christo Namen, der Liebe von Gott, der Gott aller Fleisches, der Gott aller Seelen, der Gott aller Geister, Halleluja. Ich bin der Bruder Paul und der Herr Jesus Christo hat mich heute in Stuttgart gesandt, damit ich die Botschaft der Rettung, damit ich die Botschaft der Erlösung, damit ich die Botschaft der Heiligung, damit ich die Botschaft der Bekehrung predige. Halleluja. Amen. Du hast vielleicht irgendwann schon von Jesus Christo gehört. Du hast vielleicht irgendwann über Jesus Christo gehört. Und du fragst dich, wer ist er eigentlich? Wer ist Jesus Christo eigentlich? Halleluja. Amen. Heute Jesus Christo will dir zeigen, wer er ist eigentlich. Jesus ist der Ritter von allen Menschen. Jesus ist der Massias. Das heißt, Jesus kam in die Welt, um die Menschheit zu retten. Jesus Christo von Nazareth kam in die Welt, um die Menschen von der Sündenmark zu befreien. Halleluja. Jesus Christo heute gibt uns die Möglichkeit, an ihm zu glauben. Und er sagt in seinem Wort, wer an mich glaubt, ist gerettet. Wer an Jesus Christo glaubt, hat das entgegeben. Halleluja. Das heißt, wenn Jesus sagt in Johannes 3, Versen 16, also Gott hat die Welt so geliebt, Gott hat die Welt so geliebt, er hat sein angrohle Sohn gesagt, sein angrohle Sohn, Jesus, er hat Jesus auf der Welt gesagt, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern hat das ewige Leben. Halleluja. Gott hat die Welt so geliebt, weil die Welt war, ist der Dämmel. Die Welt war verloren. Und aus Liebe zu der Welt, zu den Menschen, Gott hat Jesus gesagt, damit er die Welt hätte. Jesus ist so klar, ohne uns. Aber du mastibierst dich. Aber du mastibierst dich. Halleluja. Wenn du ein guter Mensch bist, du sollst dich nicht mehr massibieren. Du sollst dich nicht mehr klauen. Du sollst dich nicht mehr lügen. Halleluja. Weil der Lüge, die Lüge kommt von dem Teufel, dem Vater der Lüge. Halleluja. Der soll ja bekanntlich sagen, ich bin ein guter Mensch, weil ich nett bin. Weil ich sympathisch bin. Das ist gut. Das sollst du machen. Aber deine Welke können dich nicht retten. Deine Welke können dich nicht retten. Wir sind nur aus Gnade gerettet. Aus Gnade. Weil niemand von uns hat es verdient. Wer verdient nicht. Was wir verdienen, ist die Hölle. Aber Jesus will nicht, dass wir in die Hölle gehen. Jesus will keine in die Hölle sehen. Weil die Hölle ist real. Und da brennen viele Menschen, die schreien. Die sagen, Gott, gib mir noch eine Chance. Gott, ich wusste nicht. Oh, Jesus, ich wusste nicht, dass du der Retter war. Ich wusste nicht, Gott, gib mir noch eine Chance. Aber es ist zu spät. Es ist zu spät. Es ist zu spät, Gott. Komm zu Gott. Bekenn dich. Verlass die Sünde. Bevor die Zeit kommt, wo du nicht mehr machen kannst. Halleluja. Und die Hölle ist für Ewigkeit. Das wäre ein Ding an deine Ewigkeit. Meine Brüder, meine Schwestern. Wenn du heute sterben würdest, wo geht deine Seele hin? Wenn du heute Abend das Leben verlierst, stell dich diese Frage. Wo werde ich meine Ewigkeit verbringen? Halleluja. Du sagst vielleicht, ich werde umführen, erst wenn ich alt bin, erst wenn ich 80 Jahre bin. Ich bin noch jung genug, um daran zu denken. Ich bin noch jung genug. Ich bin zu jung, um an den Tod zu denken. Halleluja. In anderen Ländern sind viele Leute gestorben und sie waren jung wie dich. Sie waren jung wie mich. Aber sie sind trotzdem gestorben. Niemand weiß, wann er sterben wird. Niemand weiß, wann der Tod vorkommen kann. Deswegen, wenn du lebst, es ist die Zeit für dich, Jesus als Rett und Rett anzunehmen. Es ist die Zeit für dich, die Sünde zu verlassen. Es ist die Zeit für dich, deine Sündlichkeitsliebe zu verlassen. Auf Haaren, auf Motivation, auf Pornografie, auf sexvolle Ehre, auf Alkohol. Du sollst auf alle sowas zu vertichten. Wenn du sagst, nein, ich kann nicht darauf vertichten. Es gefällt mir, sexvolle Ehre zu machen. Halleluja. Gott hat dir frei geschaffen. Jeder von uns hat die freie Wille, die freie Wahl. Halleluja. Aber weiss nur ein, jeder von uns, wir werden für unsere Sünde beginnen, vor Gottes Gericht. Jeder von uns, wir werden irgendwann vor Gottes Gericht gehen. Halleluja. Und in diesem Gericht, dein ganzes Leben wie eine Filme, du willst dein ganzes Leben wie eine Filme sehen. Du willst sehen, wann du deine Frau betrug hast. Du willst sehen, wann du dein Mann betrug hast. und du denkst, er weiß das nicht. Er weiß das nicht. Du willst alle sehen, wie ein Film. Deswegen, wenn du noch lebst, sagst du deine Frau, ich habe dich irgendwann getrug. vergib mir. Und wenn du das gerade misshält, wenn du dann sagst, sie war sowieso nicht, ich mache das weiter. Halleluja. Deine Frau hat irgendwann abgetreift. Du hast irgendwann eine Abtreibung begangen. Halleluja. Und du denkst, dass Abtreibung ist normal. Du denkst, Abtreibung ist normal. Halleluja. Gott will sie euch sagen, Abtreibung ist Mord. Abtreibung ist normal. Und kein Mörder kann in Gottes Reich kommen. Kein Mörder kann in Gottes Reich kommen. Halleluja. Weil jedes Mal, wenn du abtreibst, jedes Mal, wenn du abtreibst, du bist dabei, Menschen zu töten. Halleluja. Du bist dabei, Jungen wie ich zu töten. Halleluja. Das Kind, was du abtreibst, er könnte auch Mensch mit dich sein, aber du hast ihn getötet. Abtreibung ist alles zu töten. Gott bless you. Gott bless you. Und du hast irgendwann schon ein Abtreibung gewagt, ist noch da, um dich zu vergeben. Er sagt in der Bibel in Oseah 4,6 mein Volk kommt um, aus mangelnde Erkenntnis. Gott sagt, mein Volk kommt um, aus mangelnde Erkenntnis. Das hat Jesus Christus gesagt, in Johannes Ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit, die euch freimachen. Halleluja! Ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit, die euch freimachen. Halleluja! Und diese Wahrheit hat einen Namen. Diese Wahrheit ist Jesus. Halleluja! Abtreibung ist eine Abscheu im Ergel Gottes. Halleluja! Hör auf! Kind zu töten! Halleluja! Jesus lebt! Stuttgart, Jesus lebt! Halleluja! Jesus lebt! Ich möchte euch mal Zeugs erzählen. Wenn ich heute vor euch stehe, es ist wirklich Gnade Gottes. Ich komme, ich fühle mich aus Hannover. Und vor ein paar Tagen bin ich hier in Stuttgart, unsere Botschaft zu predigen. Halleluja! Weil Jesus Christus hat mir gesagt, es gibt viele meine Kinder hier in Stuttgart. Sie sterben ohne mich zu kennen und sie gehen leider in die Hölle. Halleluja! Gehe in Stuttgart und erzähle sie über mich. Halleluja! Deswegen bin ich heute in Stuttgart, um diese Botschaft zu predigen. Halleluja! Weil sogar Jesus so sagt, in dem Buch von Hebräer, wenn du heute dieses Wort hält, verstehe mich dein Herz. Wenn du heute das Wort Gottes hält, verstehe mich dein Herz. Weil nicht jeder hat die Gelegenheit, sowas zu hören. Nicht jeder hat diese Gnade wie du gerade bekommen, diese Botschaft zu hören. Halleluja! Heute sogar sind viele gestorben, ohne Jesus Christus anzunehmen. Und sie sind jetzt in der Hölle. Sie leiden. Es ist zu spät. Sie sagen, Gott, gib mir noch eine Chance. Ich wusste nicht. Ich dachte, das war einfach eine Findung. Ich wusste nicht, dass es reell war. Gott, gib mir noch eine Chance, zurück auf die Erde zu kommen. Aber es ist leider zu spät. Es ist zu spät. Man kann nur Zeit des Lebens umkehren. Nach dem Tod, es wäre zu spät. Nach dem Tod, es ist zu spät. Wenn sogar, wenn du lebst, Gott gibt dir noch die Messe schalten, ihm zu suchen. Schub Gott von deinem ganzen Herz. Gott ist nicht in der Religion. Halleluja! Gott ist nicht in der Religion. Gott ist in der Bibel. Geht zu Hause. Schub dir einen Bibel. Lässt die Bibel. Ich dachte auch vorbei wie euch. Das Bibel war ein Buch wie alle anderen Bücher. Halleluja! Ich dachte auch so. Aber einen Tag, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Ich sage auch, die Wahrheit. In der Bibel findet man alle Antwort. Auch die Frage, was man stellen kann. Egal, welche Frage du dich gerade stellst. Die Antwort ist in der Bibel. Weil die Bibel ist das Buch Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Halleluja! Amen! Schub dir eine Bibel. Ich kann dir auch eine Bibel schenken, wenn du es möchtest. Halleluja! Aber er sucht die Wahrheit. Und die Wahrheit ist heute zu dir gekommen. Und diese Wahrheit hat einen Namen. Der Name ist Jesus. Halleluja! Ich dachte auch, die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Viele sagen so, ja, wir wissen, die Bibel wurde von Menschen geschrieben. Ein Mensch wie du und ich hat die Bibel geschrieben. Nein! Die Bibel sagt, Halleluja! Jesus ist Gott! Jesus lebt! Du sagst, Jesus lebt! Halleluja! Halleluja! Jesus lebt! Jesus lebt! Du sagst, Jesus lebt! Danke, Jesus! Gott erinnert! Und danach kommt er von Gottes Gericht. Das heißt, jeder von uns. Wir werden irgendwann von Gottes gericht sehen. Und jeder von uns wird für seine Sünde bekennen. Jeder von uns. Wir werden vor Gott stehen. Und Gott will dich fragen, was hast du von deinem Leben getan? Was hast du von deinem Leben getan? Du hast immer Leute geklaut. Du hast immer Leute beleidigt. Du hast immer Leute geschlagen. Du hast immer Leute verletzt. Halleluja. Und davon jeder für uns, bitte, bekennet für seine Sünde. Deswegen, jeder für uns, wir wissen, wir haben irgendwann gesündigt. Und wir wissen, wenn wir so sterben, wir können nicht in den Himmel kommen. Deswegen, Jesus kam in diese Welt, um den Sünder zu retten. Und wir sind alle Sünder. Wir haben irgendwann gelogen. Wir haben irgendwann jemanden beleidigt. Du hast schon vielleicht jemanden geglaubt. Und das ist Sünde. Halleluja. Und wenn du so stimmst, ohne Bekehrung. Es ist die Hölle. Halleluja. Die Hölle ist eine Realität. Die Hölle ist wirklich real. Und die Leute glauben, es ist eine Märchen. Die Leute denken, es ist eine Elfino. Halleluja. Die Hölle ist wirklich real. Das bringt viele Menschen. Die schreien. Die Leute glauben, es ist eine Märchen. Die Leute glauben, es ist eine Märchen. Sie glauben, es ist eine Märchen. Dass nach dem Leben kommen wir von Gottes Gericht. Sie glauben, nur das Leben genügt. Ich nutze von Leben. Ich mache was ich will. Ich lebe wie ich möchte. Und vielleicht werde ich irgendwann neu geboren. Nein. Nach dem Tod kommt Gottes Gericht. Und jeder von uns, wir werden von Gottes Gericht gehen. Deswegen sagen, Jesus Christoph gibt es jetzt eine Möglichkeit, umzukehren. Wenn du jetzt ins Knie gehst und sagst, Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Ich glaube, dass am Kreuz du meine Sünde betragen hast. Ich glaube, Jesus, dass am Kreuz meine Fehler getragen hat. Herr Jesus, ich möchte dich heute kennen. Jesus Christoph, ich möchte dich heute kennen. Machst du ein Gebet vom ganzen Herz. Machst du ein Gebet vom ganzen Herz. Sag, Jesus, ich weiß, ich bin bald weg von dir gegangen. Und jetzt möchte ich zurück zu dir. Ich möchte zurück zu dir mit meinem ganzen Herz. Herr Jesus, vergib meine Sünde. Sag, Herr Jesus, vergib meine Schuld. Ich wusste nicht, dass das war der Ehre meiner Sünde. Ich wusste nicht, dass er noch auf meine Sünde war. Ich wünsche dir, dass du ein Gebet vom ganzen Herz. Und Jesus Christoph ist geletig. Jesus Christoph ist geletig. Und ich möchte noch vergeben. Amen. Je te dis, papa, nous prions maintenant, que nous délimions maintenant tout esprit de Hala dans ce lieu, tout esprit de Sanceleric, tout esprit de Bouddha, tout esprit de Magie noire en ce lieu, tout esprit de Santé. Au nom de Jésus. Allons de Jésus. Allons de Jésus. Au nom de Jésus. Du dans les cieux. Allons de Jésus. Soit liet au nom puissant de Jésus. Soit liet au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soit liet au nom puissant de Jésus. Sénégie Kipapa, tu as dit, quand ton serviteur Josée, Satan est venu pour le tenter. Tu as dit, éternel, 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 éternel. Que Satan soit reprimandé. Que Satan soit reprimandé au nom puissant de Jésus. Que Satan soit reprimandé au nom puissant de Jésus. Que Satan soit reprimandé, au nom de Jésus. Que Satan soit reprimandé, au nom de Jésus. Que toutes les âmes qui retiennent, les enfants de Dieu dans ce temps, que les puissants les libèrent, que les chènes soient brisées, 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 que les amours, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, je dis papa, donne du repos à ces âmes qui sont dans ce temps. Donne du repos au Seigneur Jésus. Que tous les problèmes, Seigneur Jésus, papa, nous les soumettons à ta croix. Nous les soumettons à ta croix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toute principauté en Seigneur soit détruit, au nom de Jésus. Que toute domination soit foudoyée. Le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus qui est de Nazareth, qui a coulé à la croix de Gorgoth pour nos péchés. Le sang de Jésus qui s'est repas dans toute la vie de Tugard. Le sang de l'agneau se repas dans toute la vie de Tugard. Que le démon impur, le démon en chair, soit neutralisé par le sang de Jésus. Qu'il soit neutralisé, qu'il soit paralysé au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Halleluja! Ich habe niemals von dir gehört! Am Tag des Gerichts! Jesus will dir eine Video zeigen von diesem Moment, wo ein Mensch war für euch. Er hat gepredigt und du denkst, er ist verrückt! Er ist verrückt! Was erzählt er? Was erzählt er? Halt den Mund zu! Ich nehme es an! Ich nehme es an, damit ihr gerettet werdet! Halleluja! Weil der Wille Gottes ist, dass jeder von uns in den Himmel kommt. Der Wille Gottes ist, dass niemand, niemand, selbst Hitler, weil der Wille Gottes ist, dass er in den Himmel geht. Aber Gott hat uns die freie Wille gegeben, die freie Wille zu entscheiden. Wir sind frei zu entscheiden! Du kannst sagen, Jesus, ich nehme dich an! Du kannst auch sagen, Jesus, ich nehme dich ab! Halleluja! Deswegen, er sagt, wenn du dieses Wort hörst, mach nicht dein Herz hart! Mach nicht dein Herz hart! Öffne Jesus dein Herz! Jesus will gute Sachen in deinem Leben tun! Er will dein Leben enden! Er will dich von der Sünde machen! Er will dich von der Sünde machen! Er will dich als ganz neue Mensch machen! Halleluja! Weit weg von der Sünde! In dieser Welt! Der Teufel gibt eine falsche Freude! Ich sage euch die Wahrheit! Die wahre Freude ist bei Jesus! Wenn man zu Jesus wieder kommt, man hat die Freude in seinem Herz! Weil diese Freude kommt von Gott selbst! Halleluja! Der Friede! Die Friede selbst ist bei Jesus! Bei Jesus Christus ist die Friede selbst! Wenn man Jesus so hat, man findet die Friede! Halleluja! Amen! Ich werde auch sagen, wenn du vielleicht krank bist, du hast eine Krankheit, eine Erkrankung, und die Medizin kann nichts machen! Ich sage euch, Gott kann dich heilen! Und wenn du möchtest, du kannst kommen, und wir werden für dich beten! Egal was du hast! Du bist krank! Du hast irgendwo Schmerzen! Wir können für dich beten! Und Jesus Christus will dich heilen! Weil Jesus ist der beste Arzt! Jesus ist derselbe, gestern, heute und für immer! Er macht immer noch Wunde! Jesus Christus macht immer noch Wunde! Halleluja! Wenn du krank bist, Jesus Christus ist noch bereit! Viele Leute haben den Glaub verlassen! Heute Tag, viele Menschen glauben nicht mehr an Gott! Sie glauben nicht mehr an Gott! Halleluja! Amen! Ohne Gott ist ein Mensch nichts! Ohne Gott sind wir nichts! Halleluja! Deswegen, du hast den Glaub verlassen! Du kannst den Glaub verloren! Jesus Christus ruft dich heute zur Verkehrung! Halleluja! Du sagst, es gibt keinen Gott! Halleluja! Selbst die Tiere wissen, dass er einen Gott gibt! Selbst die Dämonen wissen, dass er einen Gott gibt! Halleluja! Du kommst nicht von Achen! Du kommst nicht von Wasser! Es gibt einen Gott, der dich geschaffen hat! Er hat dich laut seinem eigenen Willen geschaffen! Und dieser Gott hat einen Namen! Sein Name ist Jesus Christus von Nazareth! Jesus Christus von Nazareth ist der wahrhaftige Gott! Der Leber über Gott! Der Gott aller Menschen! Der kommt in diese Welt! Er hat die menschliche Forme genommen! Er hat die menschliche Gestalt genommen! Um die Menschheit zu kriegen! Halleluja! Deswegen, du sagst in Johannes 1, Vers 1 Am Anfang war das Wort! Und das Wort war bei Gott! Und das Wort war Gott! In Johannes 1, Vers 14 steht geschrieben Und das Wort wurde Fleisch! Und hat unter uns gelebt! Das heißt, Gott wurde Mensch! Und er hat unter uns gelebt! Im Namen von Jesus Christus von Nazareth! Warum wurde Gott Mensch? Weil durch sein Offer gab am Kreuz Er hat unsere Sünde getragen! Durch sein Offer gab am Kreuz Jesus Christus hat unsere Schulden getragen! Durch sein Offer gab am Kreuz Jesus hat unsere Schulden getragen! Durch sein Offer gab am Kreuz Du hast irgendwann schon voll Beguckt! Du hast schon immer irgendwann Gebeten! Halleluja! Amen! Deswegen starb Jesus Christus am Kreuz von Golgotha Aus Liebe zu uns! Aus Liebe zu uns! Jesus Christus hat die Strafe von unseren Sünden auf sich selbst getragen! Weil darüber sagt Der Lohn der Sünde ist der Tod! Halleluja! Aber Jesus hat die Strafe von unseren Sünden am Kreuz übernommen! Halleluja! Und deswegen Wenn du glaubst Dass du ein Sünder bist Wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist Und du glaubst, dass Jesus an deiner Stelle am Kreuz von Golgotha gestorben ist Dann bist du gerettet! Aber dafür sollst du die Sünde verlassen! Dafür sollst du dein Sündiges Leben verlassen! Und dein neues Leben mit Jesus Christus deinem Herr zu nehmen! Halleluja! Was Jesus Christus will, ist nicht, dass der Sünde ist Weil jeder von uns Haben wir irgendwann gelogen! Jeder von uns Haben wir irgendwann geglaubt! Jeder von uns Hat irgendwann Jemand geschimpft! Und das ist Sünde! Halleluja! Und Wenn wir so streiten Wir können nicht Gott sehen! Weil Die Mülle sagen Jeder hat gesündigt! Und jeder hat die Herrschaft Gottes verloren! Und jeder hat die Herrschaft Gottes verloren! Wir sind wieder tätig! Deswegen ist es so krass Unsere Beziehung zwischen Gott und Menschen Wieder zu erstellen! Er kam Um die Menschen mit Gott zu versöhnen! Halleluja! Und Jeder von uns Egal wer du bist! Egal woher du kommst! Egal wie alt du bist! Egal wo du verloren bist! Jesus Christus gibt dir die Möglichkeit Umzukehren! Er gibt dir heute die Möglichkeit An ihm zu glauben! Und das ewige Leben zu haben! Weil das ewige Leben ist das ewige Leben zu haben! Willi Jesus Christus est God. Jesus Christus ist Gott, Give your life into Jesus Christ The Lion of Tribi of Judah is coming Jesus Christ of Nazareth is coming Give your life into Jesus Christ Jesus Christ is God Jesus Christ is Lord Turn your life People are through that We repent We repent now Turn your life Jesus cannot like abomination Turn your life We repent the abomination We repent the abomination Jesus cannot like abomination We repent the abomination People are through that We repent The time is finished The time is finished Give your life into Jesus Christ Jesus Christ is coming Jesus Christ is Lord Jesus Christ is God Give your life into Jesus Turn your life We repent People are through God Jesus Christ loves you Jesus Christ is Savior Jesus Christ is Lord Jesus Christ is God Jesus Christ of Nazareth is best Give your life into Jesus Christ Jesus Christ is God People are through God We repent Turn your life The time is finished The time is finished The time is finished Give your life into Jesus Demon is a liar Demon is a liar Demon is a liar Give your life into Jesus Christ Jesus Christ loves you Jesus Christ loves everybody Everybody will repent Give your life into Jesus Christ Jesus Christ of Nazareth is coming The time is finished Jesus Christ of Nazareth is coming Jesus Christ of Nazareth is coming Amen Gloire à Jésus A ville remplie N'est-ce pas De monde Et de toutes formes D'abominations D'autres choses Abominables Gloire à Jésus Et c'est pourquoi Nous sommes venus là Pour les annoncer L'évangile Vous voyez La moisson est grande Elle est très très grande Mais il y a Très peu d'ouvriers Vous voyez La moisson est très nombreuse A tellement Déjà Qui ont besoin De l'évangile Vous voyez Mais il faut beaucoup D'ouvriers J'ai tellement Beaucoup Gloire à Jésus De tout J'ai l'origine De tout peuple Donc vous voyez Les servants de l'éternel Sont là Les anges de Jésus Sont là L'armée de l'éternel Est là Gloire à Jésus Les financements Partagent Les traités Là comme ça Mais la vérité Est rare Donc nous ne voulons Keine d'avoir Keine d'avoir Keine d'avoir Voulons 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 Mais Voulons 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 Alleluia Aber Das ist die Wahrheit Und die Wahrheit Macht frei Weil die Die Givers Sagen Mein Volk Kommt um Aus Mangel An Erkenntnis Alleluia Deswegen Ihr werdet Die Wahrheit Erkennen Und die Wahrheit Die euch Befreien Und diese Wahrheit Ist Jesus Christoph selbst Das Kanst Sprich Jesus In Johannes Voulons 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 Jesus Christoph Sagt Ich Bin Der Weg Jesus Christoph Sagt Ich bin die Wahrheit, Jesus Christus sagt, ich bin das Leben und ohne mich kann niemand gerettet werden, ohne Jesus kann niemand in den Himmel kommen, weil Jesus nur ist der Weg, Jesus nur ist die Wahrheit, alles, alles andere ist Lüge, Halleluja. Jesus war nur ein Prophet, du hast das irgendwann gehört, jemand hat ja gesagt, Jesus war nur ein Prophet, Halleluja. Das war eine echte Lüge, Jesus war mehr als ein Prophet. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!